Hansi, jetzt dringt das Video. Dein Vater war vor 4 Jahren da wegen Leberkrebs. Nein, ich war nie da. Der Frau war nicht da bei mir. Und dann haben wir ihm einfach so Adiuvanzien gegeben. Das ist ein Adiuvanzien-Seminar, da geht es ihm genau um die nicht-homeopathische Behandlung. Und jetzt habe ich ihn gefragt, ob er noch lebt. Und was bedeutet das jetzt halt? Er lebt noch, Gott sei Dank. Er freut sich. Bis der Gesundheit zumindest gesagt hat. Und das Interessante ist, beim letzten Mal Krankenhausbesuch haben sie uns in der Vorbereitung angefragt, was wir denn da haben. Weil die Tumormarker immer besser werden. Und wieviel alt ist auf dein konsequentes D bereiten? Also der HCC und der Tumormarker ist von über 100 jetzt auf 18 oder auf 12. Der Tumormarker hat sich nicht vergrößert in diesen 4 Jahren. Wir wollten sie nie operieren. Und die Hälfte Leber ist ja durch die Leberzerose... Ah ja, Leberzerose oder auch? Ja, die ist ja unoperativ. Also die Hälfte Leber ist... Mit den Alten, das ist ein Blödsinn. Weil er auch ganz so geschweinigt hat. Ja gut, und... Ich trau ob er einfach... Ja. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020